Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind also sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Es sind über 50 Autos da gewesen. Innerhalb von einer Woche haben wir das mobilisieren können. Eine tolle Sache. Ein Bekannter von mir hatte die Idee in Zwickau und als wir hier das Konzept dann vorgestellt haben, sind wir an Herrn Alters herangetreten und haben letztendlich mit den Kirchgemeinden hier in der Region das vorangetrieben. Es ist schön, dass wir in diesen Tagen nicht nur viel anders machen müssen, sondern dass wir auch viel anders machen dürfen. Es wird einfach kreativer dadurch und wir merken von dem Feedback, was uns die Menschen entgegenbringen, dass es gut ist, dass es gut ankommt und dass es wirklich etwas Schönes ist. Und so habe ich die Veranstaltung auch selbst empfunden. Es war mal eine außergewöhnliche Sache, aber aufgrund der jetzigen Situation hat man sich etwas einfallen lassen. Und es war wunderbar gemacht. Die Organisation und auch die Predigt und das Ganze drumherum mit Musik und auch mit dem Hubkonzert zu jedem Amen. Es ist gut gemacht gewesen. Also uns hat es sehr gut gefallen. Es hat uns etwas gegeben. Es ist so wichtig, dass es sehr gut gefallen hat. Das war's für heute.